Outfit ändern Nein Herr Rutschers-CNT fliegt besser aus der Hand und ich hab nicht Nein, 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 nein Gegenmaßnahmen des Rats Einfall in der Geschäftssektor Töte Gegner im Geschäftssektor Zischerspringenmeister Töte Zischerspringenmeister Schnellreise Da bin ich Aber jetzt nochmal Geschäfte Binde einen Weg in den Wartungssektor Aber muss ich dann hier fahren? Was der Wurst wieder denkt? Ich denke gar nichts Gar nichts denke ich hier Überhaupt nichts Ach Quatsch, falter Knopf Ne, ich muss hier, oder? Ich muss hier mit dem Schnellreise-Ding Aber dann Nur wieder Schweingraben Nein, niemals Aber wo ist der Wartungssektor? Ich sehe den Vielleicht von der Kantine aus Kann ich da hinfahren? Ne, ne? Gehen wir mal zur Poststelle Keine Ahnung Ich blick's gerade nicht Aber das ist ja Ein normaler Standard bei mir Ist da jetzt auch nichts Neues, wa? Ach, die Kantine ist ja hier zu, ne? Kann man jetzt vielleicht hier durch, ne? Falsche Richtung Ne, hier wollte ich nicht hin Hier war ich ja schon mal Ich finde da einen Weg in den Wartungssektor Ne, ich muss aber in die zentrale Geschäftsleitung, oder? Ich bin Ich check's gerade einfach, ne? Hier war ich schon Huch Einfach mal das Ding zerstört Zentrale Geschäftsleitung Oh Herr Man kann es dann einfach auf der Kante mal geht sein Sektor Elevator Cafeteria Ich will ja mal M drücken Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ne? Ich check's gerade nicht, ne? Also ich glaube schon, dass ich hier sein muss Weil hier zeigt's ja hin, aber Schminder-Taktik Also Annehmen Annehmen Astralenwerkstatt Das haben wir auch schon Mit Stift und Papier Ich glaube, die will, dass wir draufgehen Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Und wo geht's dahin? Weißt du, der Kenner? Was ist das hier eigentlich? Die Jukebox des Grauens Wir müssen dahin Und dann schnell reisen Nicht zum Wartungssektor Lufttechnik Ist die Drucklufttechnik Der Wartungssektor? Ich weiß es nicht Mit dem Quatschen, ne? Dann guck mal, was du hier finden kannst Ich bin ja ganz neu hier Also frage ich mal ganz blöd Sagst du Eifalst du ja einen Tipp Irgends alles Ähm Ja, also wenn Wenn jemand einen kurzen Kurzen Tipp hat Wäre schon cool, ja Das wäre schon okay Wenn du mir ganz kurz einen Tipp geben könntest Weil ich stehe gerade voll auf dem Schläuble Ich brauche einen kleinen Raum Der rauf und runter geht Ah, okay, danke Danke Wir treffen uns in der Wartung Danke Wie gesagt Vielen Dank Der Hausmeister ist freundlich Ich sag doch Der Hausmeister, da ist noch irgendwas Irgendwas hat der zu verbergen Irgendwas hat der zu verbergen Der Wartungssektor ist das Reich des Hausweistes Hurra Was ist das hell? Ich sag ja Der Arti hat was zu verbergen Der Hund Der Arti hat was zu verbergen 100 pro Ach du Scheiße Die Gegner wären nicht besser, ne? Ja, was für dich Muss er hin, der Hund Ich zieh dir ein Syrer Hallo, 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 hallo So geht man nicht mit der Lady Und so geht man nicht mit der Lady Okay 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 Also müssen wir doch etwas vorsichtiger sein Und nicht einfach hier so reinstehen Wie der große Zampano Wie das Telefon Das ist doch nicht das Telefon, aber Was sieht aus hier Das ist doch schon uralt Klatscht aber kein Beifall, Junge Ich klatsche hier eine mit dem Putzwagen Hey, wo ist der Putzwagen hin? Oh ja, da haue ich dir die Möbel um die Ohren, ne? Fragen die nach Sonnenschein So Adi heißt der Hausmeister Und du sagst, der hat was zu verbergen Ja, ist echt, ne? Sag ich doch Sag ich doch Irgendwas läuft da nicht richtig Irgendwas läuft da nicht richtig mit dem Liegt da irgendwas rum? Nee Gut Junge, ich liebe das Singen Ih, was ist das? Ich glaube, ich sollte da wahrscheinlich auch noch nicht rein Hallo Hö, aber schneller Was ist mir los? Okay, jetzt ist es weg Okay Also es war kurz da, aber jetzt ist es wieder weg Sehr gut Er versteht es nicht Nee Verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Was habe ich hier schon wieder? Gegenstände? Ritualimpuls Okay Ich bin verwert Ich höre ihn auf jeden Fall Da ist er doch Gut gemacht Du hast den Job Glückwünsche sind angebracht Yippie Kannst du mir helfen Kannst du mir helfen Zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja Ganz einfach Ist gleich um die Ecke Aber Zuerst musst du mal was arbeiten Nur wenig Nur ein paar Stunden Irgendetwas sagt mir Dass es länger dauern wird Ja Du denkst Da ist ein Hund Drin begraben Ich sehe Du bist keine Schneegans Von gestern Deshalb wirst du Eine gute Assistentin sein Gut Ich haue die Fakten Auf den Tisch Mäküle Sondern Perkeles Woran Dieses Haus hat ein ungeziefer Problem Ein übles Sie haben bereits die Kühlpumpen Und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht Perkele Und der Pensionär da drin Spürt langsam Wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht Die Situation muss gelöst werden Bevor die Quelle explodiert Und wir alle verschwinden Wie ein Volk in der Wüste Perkele Ich versuche mein Bestes Das zu verstehen Kühlpumpen und Generatoren reparieren Sonst explodiert die Energiequelle Keine Angst Ich habe Anweisungen hinterlassen Du kommst schon noch dahinter Bevor ich Urlaub mache Die Arbeiten auf der Tafel hier Kannst du später machen Wenn du Zeit hast Urlaub? Na klar Ja Niemand streicht meinen Urlaub Oder die Säbel rasseln Aber keine Sache Du nimmst das einfach in die Hand Und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern Du gehst besser jetzt Damit du nicht als Überkopf rennen musst Die Tür hinten führt zur Energiequelle Die hintere Tür Großartig Danke Arti Geiler Typ Es gibt entschieden zu wenig Spiele In denen man durch eine Schallgeschwindigkeit gebrachte Telefonzelle Gegner In opulatisierendes Dampf verwandeln kann Als ob andere Programmierer nicht einsehen Wie unendlich zufrieden stehen Das ist echt so frexy Das muss ich meiner Chefin auch mal sagen Mein Urlaub streicht mir keiner Oder die Säbel rasseln Geiler Typ Hier streicht keiner Urlaub unter Die Säbel rasseln Da waren wir fertig Wo muss ich überhaupt hin? Wir sind hier Und Müssen da lang Strom Explosion Zu viel Was? Strom Explosion Zu viel Wir sind so blind Wir machen so eine Beleuchtung Natürlich Hast du Glück Hast du Glück Dass ich gute Laune habe Es ist gefährlich da draußen Lady Sprechen Sie mit Leiter Arish Er ist drinnen Er hilft Ihnen Natürlich Mit Leiter Arish Schreib Leiter Arish FBC Sicherheit Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein Was ist mit ihm? Ey Schreib mal so seine Chefin an Wir haben alle HAV Wir sind auf derselben Seite Ich bin Jesse Faden Ich bin hier um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben Ja 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 Leiter Arish FBC Sicherheit Ich bin Oh Moment Sie sind die neue Direktorin Oh Zu Dienst Lassen wir die Formalitäten bitte Stimmt Faden Wie Sie sehen können Ist die Kacke hier am Dampfen Wir halten die Stellung Aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat Lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören Der NSC ist ständig überhitzt Und meine Leute werden erschossen Bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können NSC? Sorry, Behördenjargon So nennen wir die Energiequelle Das große rumpelnde Metallding Salvador, der Sicherheitschef, bat mich Sie bei einem Angriff zu schützen Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde Darling, ist er hier? Nein Er kam vor ein paar Tagen runter Bevor alles den Bach runterging Er war total durch Stank wie ein Bierfass Faselte etwas von Sicherheitslücken Und dass er nur einen großen HRV hatte Ihn aber woanders brauchte Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben Bevor er ging Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ Darling wusste, dass das Zwischen kommt Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne Aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren Bevor hier alles in die Luft fliegt Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für Sie öffnen Ich kümmere mich darum Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut Hören Sie, der Funk ist ausgefallen Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden Fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen Ich halte nach ihm Ausschau Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss Halten Sie durch Halten Sie durch Aha, stinken wir im Bier fast Zischen, ich wusste es doch Warum belöchen das noch? Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren Ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur Hoffe ich Was wissen Sie über das Zischen? Nicht viel, nur was ich selbst gesehen habe Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht Was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle Was glauben Sie warum? Scheiße, keine Ahnung Es will mir das Leben schwer machen Was machen Sie hier, Arish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat Und Sie mögen Ihren Job? Total Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren Anstatt Berichte zu schreiben Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude Ich bin stolz darauf, mit Ihnen zu arbeiten Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt Sie sagen, was Sie denken Das gefällt mir Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde Und es gibt zwei einfache Regeln Nummer eins Sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten Nummer zwei Sie darf nie, niemals geöffnet werden Oh, und Nummer drei Streng vertraulich, also stelle ich keine Frage Die Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein Ja, gehört alles zum Job Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel Ist nur für die Direktoren Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen Aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen Haben Sie die modifiziert? Das ist neu Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben Kennen Sie diesen Artie? Natürlich, er ist mein liebster Pausenkumpel Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier Wenn man versteht, was er sagt Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Ich sollte weiter Stimmt Aha Er hat auch was zu verbergen Alle was zu verbergen Jungs, gute Arbeit Macht einen guten Job Finde ich gut Warum ist es immer noch rot hier? Warum ist es immer noch rot? Finde ich gut Finde ich gut So Coolpumpe und Konverter Okay So, machen wir gar nicht lang rum hier Hallo Also man sollte mal Gas beheltern Aufpassen Habe ich gehört Hey, hier ist schon wieder so ein Fliegen drinnen Oh, ey Boah Ich gebe mir Punkte zum Aufladen schnell Garnet rumgemacht Prinzessin, haupt Boah Du dreckigen Alter Das war mal knappe Geschichte Das ist ja aber mal Yeah So Laufen wir mal hier lang? Sollen wir überhaupt hier lang? Ich denke schon Wir laufen einfach mal hier lang Wie sieht es sicher aus? Wie sieht es sich aus? Die feiere Männer hier Hallo Ah Mist Ich bin da nicht aus der Ecke rausgekommen Warum auch immer Scheiße So ein Mist Ich bin da einfach in der Ecke hängen geblieben Ich muss aber ein bisschen was mit dem Ding hier Mit der V-Taste machen Wenn die so nah dran sind So Boah ernsthaft? Hier war der Speicherpunkt Bin zu mir rollen Ich bin da mal in der Gasflasche geschmissen Das brauche ich ganz schön lang bis es aufläuft Hallo, 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 hallo Warte da Warte da ein erster arbeitstag oder nix mit probemontal kriegst du bist so in auftrag zum mitarbeiter umzulegen damit das gebäude nicht die luft fliegt und das sind optional angeboten im hausmeister unter die arme zu greifen damit er nicht mit dem kompletten stimmst du hast recht für den ersten arbeitstag steht bis der erste arbeitstag gibt schon besseres habe ich gehört was schaue es hier auch jungen was schaue es so kommt auch noch die ag freundchen so nicht muss ich auch noch auf zeitdruck warte man müsste die zwei um drüber sind jetzt stärker wahrscheinlich ich muss jetzt anladen warte habe ich gesagt regeneriert er sich es ist gar nicht gesehen regeneriert er sich immer noch der fahrschein drücke mal e statt f gibt es irgendwas umsonst ja nehme ich mal mit kann man immer gebrauchen hier für solche menschen zum beispiel ach das war ein sprengmeister er ist wohl im gott habe ich gesagt also das war zivilist ja dann sind so so schnell von mehreren seiten hatte hier liegt was alle von einer natürlich hallo die neuniges ding aus der grüße hier so muss ich mich noch irgendwas reinschmeißen hier noch zack wahrscheinlich noch einmal nach unten weil hier war ein aufzug ist wahrscheinlich noch einmal nach unten ja nochmal einmal vergessen sehr gut ob der meister tschuldigung zu beleid kam gerade einfach raus gar nichts dafür na kann ich hier noch was machen ne zapp zapp weiter geht die wilde reise liegt noch ein zettel hallo warum nicht ach so ich muss ja zurück ok geht da 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 Bis zum nächsten Mal.